Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Echo Show zurücksetzen und somit natürlich auch wieder auf die Werkseinstellung bringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du mit deinem Gerät ein Problem hast, was selbst nach dem Netzsteckerziehen und einem Neustart nach circa 10 Sekunden nicht behoben werden kann, dann macht das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung normalerweise immer Sinn. Und das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Generationen relativ ähnlich wie bei meiner achten Generation hier. Hierfür müssen wir oben am Gerät einmal die Leiser-Taste und auch die Stummschalt-Taste für circa 5. Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Sobald das Amazon-Logo hier vorne bzw. hier unten Factory-Reset-Mode kommt, können wir das Ganze auch schon loslassen. Und nach circa 2 Minuten ist der Reset auch schon abgeschlossen und wir können das Gerät erneut einrichten, so wie ich es in einem extra Video auch schon mal ausführlich gezeigt habe. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens weitere Eco-Shows oder auch natürlich andere Amazon-Alexa-Geräte zulegen möchtest, einfach am besten unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.